Was kann ich Besonderes, was sonst niemand an meiner Stelle tun könnte? Die Antwort ist eine Einstellungssache. Ich bin davon überzeugt, dass jede Person einzigartig ist und einzigartige Talente und Fähigkeiten besitzt. Doch wie entdecken wir diese Talente? Wir können nicht alle Marie Curie oder Mahatma Gandhi werden und in die Weltgeschichte eingehen. Es sind kleine Gesten, welche die Welt einzelner Personen verändern können, ihnen Freude machen, Trost schenken oder Inspiration geben. So wie die Frau, die mich vorher in die verstopfte U-Bahn einsteigen lässt. Der Barista, der mir an einem grauen Tag einen Schokoladenkeks zu meinem Tee schenkt. Oder wir, wie wir einem Elternmann den Koffer die Treppe hochtragen und dem Vater mit seiner kleinen Tochter unseren Sitzplatz im Zug anbieten. Alle unsere Taten haben Konsequenzen, und zwar im Hier und Jetzt. Dies gibt uns die Verantwortung, aber auch das Geschenk, das Leben anderer zu beeinflussen, sei es auch nur in einem kleinen Augenblick, der für diese Leute jedoch die Welt bedeutet.